Was denn los? Ist ja jetzt Kampfklei Hm, geil! Oh ne, so Viecher auch noch! Das macht viel Spaß, ey! Ja Hallo, wie viele! Da oben noch Zisch! Ich lass dir jetzt mal im Kollektiv explodieren Wenn's dann funktioniert Sehr gut Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber... Wir wissen das, wenn ich die auch greife Ja, dann explodieren sie Ja, und was ist mit mir? Ja, du, je nach Anzahl... ...nimmst du Schaden Ok, jetzt ist ich verreckt, Lei Naja, wenn du... Es hätte vermutlich auch gereicht, wenn du einer von den A greifst Naja, egal... Zu spät Jetzt ist der Friedhof-Wahnsinnige, der lebt noch, oder wie? Ich weiß nicht, wo ist der? Der... Inmitten dieser grünen Wolke Ah ne, er ist tot, cool Sehr gut, das Kalb Schade, ich wollte mich noch weiter mit ihm unterhalten Ich bin dabei, er hat's verdient Achso Toll, dass die ganze Hunde schon wechseln Der Hund ist so gut wie tot Ah ja, super, damit du so viel ausrichten kannst Auf die Entfernung Mhm Dass hier so viel brennt Schieb mir das mal Schieb mir das mal Äh, ja, mit der ist das A geil Hier ist ja niemand bei der Nähe Mit der ist das A geil Wurscht du, wer jemand mit dem B geil ist? Egal Oh Mann ey Wenn wir hinkommen, so muss ich die Nähe Aber die Töne, die von sich gäben, sind echt krankhaft Ja Sehr gut Da fuck Geil Dumm ey Oh 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 Was geht denn? Du musst aus der Flamme raus Ja, ich kann mich nicht bewegen Oh Hallo? Mann, du hinkommst Sahan ist ein toller Gesprächspartner Was war denn tolles? Keine Ahnung, wir haben gleich reden Aber ich spiele ihn gerade Er möchte reden Ja, das weiß ich Ja, der Junge Ah, was er kam Echt toll hier Ich kenne das hier nochmal auf Ich kenne das hier nochmal auf Ich kenne das hier nochmal auf Ich kenne das mal regnen lassen Und jetzt sehe ich was die Jachen sah Ja Zeichen der Necromantie Necromatüri Okay, weiter Die Madensammler Okay Keiner findet, verstehe ich das Das ewige Leben sucht Mit dem Tod Schach zu spielen Und den König zu stürzen Ja, weiter Ah, weiter Cool Ja, ich merks Oh, Mann Achso, sah da noch was? Ich sah jetzt noch was Jetzt gibt's wieder gleich Diskussionen Hoffe ich mal Hä, was sind das für Scheiß? Steht jetzt Boeendal und jetzt kann ich auswählen, was du gesagt hast, oder was ist das? Hä? Aber mir steht auf andere Spieler warten Ja, bei mir steht auf Boeendal das, was ich gerade auch geklickt hab Und jetzt steht unten drunter Boeendal und zwei Auswahloptionen Irgendwie manchmal schon komisch gemacht Achso, weil ich wahrscheinlich eben in der Rolle von Schachan gespielt hab Ja, aber das soll schon was sein, dass ich jetzt für dich antworte Ja, ist es Also was will ich sagen, ich bin mir da nicht so sicher Was, wenn das ewige Leben ja doch Realität werden könnte Das wäre wirklich ein Kunstwerk, falls das gelingen sollte Oder in der Tat, ob Nekromanten Unsterblichkeit erlangen können oder nicht Die Abscheulichkeiten, für die sie verantwortlich sind, sind unverzeihlich Das wäre Aha, aha, ignora... was? Der Schwerter der Ignoranz Okay Ja, das ist ja nie Lieber, was er als letztes gesagt Auf jeden Fall Oh, du verheilt er uns gerade mal alle Sehr gut Ich will, dass hier jetzt nichts mehr brennt Was? Ich hab ein bisschen... Hm... Der ist hier noch wohl stark, der bringt wohl nichts Hm, hm, hier ist auch noch ein tolles Buch Und viele Ankultisten Haufen Pfeilschäfte Irgendwo nix Ja, ich hab jetzt gerade mal über einen Haufen Bücher gekriegt Jetzt kann man aber durch... Schelese Wenn ich Fin Durch Schelese Durch Schelese Äh... ah, Stoffkrab Ne, okay, bringt wohl gar nix Ah, ne, okay, bringt wohl gar nix Ah, ne, okay, bringt wohl gar nix Ah, ne, das ist ja dumm Tadooo Ich hoffe, die Rezepte und der ganze Kram kann man irgendwann mal mal NO lesen Ich glaube schon, oder? Ich hab mal irgendwas gesehen, ja In der Rezepte, ja Und da, ums Tagebuch gehe ich Ja, gut Das wir uns bringen sollen, ey So ein Text Na, ich hab doch irgendwie so...ah, hier Troll ich für Anfänger, Zombie-Ausgabe Kuno Krumpf Gra Bedeutet, ihr müsst den Trollzoll an mich entrichten Okay Sehr toll Ja man, das Heile könnt deutlich Ihr könnt anstatt geringe Heilung Mo starke Heilung lernen oder so Mir wäre nichts einzuwenden Gar nichts? Gar nichts Hier sind mehr Gräber, die ich noch ausgraben kann Das würde ich gerne noch machen Tue dies Moment, ich muss aber hier noch verteilen Und mal ein paar Hunde neu beschwöre Ich werde mich dann mal dem Graben widmen Das freut und die Hunde rennen da noch nicht so dumm wie sie sind Oh Mann, oh Mann Macht Spaß So, wir sind ja klar, dass wenn ich jetzt wegbleibe Dass dann ein Kampf kommt Na gut, das ist jetzt Nicht so tragisch Das ist ekelig, dass die halt dann Gift verströmen Oder versprühen Was war denn das jetzt? Gibt's doch nichts? Toll, funktioniert Was war das hier? Einen 5 Wie viel mehr Ist das Auto weiß? Ne, das ist glaube ich Ihr erkennt es ja Ah Das ist ein junger Haue-Weiß-Gräber Ah ja Jetzt kann ich es identifizieren Müssen wir nicht so krach machen Ja, das ist geil So penetrant im Hintergrund Na Das ist geil, wenn man meinst du den Profer Hm Das braucht Oh, tatsächlich Ja, wenn ich die so aus dem Untergrund raushebe... Scheiß Knobberhaufe hier. So, Grabruhe. Alter, was, was, scheiß Sprüche, ey. Sehr gut. Witzig. Könnt man echt den Kampf machen, gell, wer? Oder ein bisschen Verbrennung. Ja. Oder sowas, was viel Spaß macht. Mhm. Dann ist ja meistens nicht mal in einem Scheiß Knobberhaufe was drin, was ist denn das jetzt? Ah, irgendein Buch? Doch. Haha. Hier lies Dodson. Bin du denn? Mhm. Mhm. Super, überall sind ja alle Metallschlüssel drin. Super. Unterhose und nicht Unterhose. Und hier? Nix. Lord Goldmann. Ah. Gut, 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 oh ja. Geht man mal hier entlang. Was ist denn jetzt? Hm? Ja, wer spricht? Wir haben. Okay. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Gleich sind wir an der Kirchenfront. Ne Quatsch. Ah doch, ja. Geil, geil. Moment, da kommen wir aber nicht hoch. Schade, schade. Ja, irgendwie kriegt der, kriegen wir das schon hin. Immerhin gibt's wieder Fett, Lava und alles. Hm. So muss das doch sein. Hm. Mhm. Yay. Untoter Wolfsschrecken. Toll. Da hat er in die Frisur bei sich. Sehr gut. Oh, Maaan. Oh, Mann. Mhm. So, wenn die Mage... Was? Ja, der hochkommt wohl nicht. Ja, das werden wir wahrscheinlich bald noch erfahren. Dürfen. Ah, da gibt's doch irgendwie schon, oder? Ja, hinterrum also, die andere Seite lang. Auf jeden Fall. Aber ich hab da vorne noch eine... Speicher da noch was anderes. Ohne dich. Ist dick toll. Ist doch schon alles tot, oder? Ja, ich denke schon. Na gut. So was rücklicher Galler-Trichter. Wer jetzt Hut hat, sowas will ich nicht. Hm. Ähm. Walder Wuhrenherr von Wünschelbrunn, oder? Wie mir jetzt hin? Und? Achso, das ist irgendwie unterirdisch. Und das jetzt... ...gewährt mir einen Wunsch. Aber ohne meinen liebenswerten Bruder... ...bin ich nur ein beklagenswerter Wisch... ...meines gewesenen Wunderwerks. Willi! Okay. Wilhelm. Ein sehr wohlwollender Wunschbrunn. An einen wilden und winterlichen Ort. Winterkönig. Weggerissen. Eine wilde Welt wirbelnden Schnees. Ah, immer diese... ...Nebenquests. Was ist jetzt? Lade to Prison Garden of Stone King. Geil. Ja, immer diese Nebenquest. Aber ich frag mich, was ist denn auch hier die Hauptquest? Ja, das ist richtig. Ich bin seit langem in der Frage, ob die einen verfolgt. Anfangs war die Hauptquest ja irgendwie verbunden mit... Ist das jetzt Willi? Wie diesem einen Tod von dem anderen Typ, ja? Ja. So, wir haben jetzt... Oh wehe, oh wehe uns. Moment. Das ist also der Bruder. Der Schnee gefällt zumindest mal. Dass ich euch... Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Kann ich euch irgendwie helfen? Vor allem Leute von der ist Lava. Da. Gib es hier dran. Der Schnee. Sieht geil aus. Ruhe. So Lava mit dem Schnee, ey. Eine Schriftrolle. Schatzkammer. Okay. Ich bin jetzt da. Okay. Okay.